Hi, ich bin David Starreintchek, 24 Jahre alt und guard der VfL Sparkassen Stars Bochum. Ich glaube, das Management hat ein gutes Team zusammengestellt. Wie man im Training merkt, sind alle heiß und haben Bock. Wir sind alle zuversichtlich, dass es dieses Jahr klappen könnte. Ein sehr junges Team, sehr willig, wie ich eben gerade gesagt habe, zu gewinnen und dafür auch zu kämpfen und immer 100 Prozent zu geben. Und ja, die Einstellung stimmt einfach und die Chemie auch. Ich studiere momentan noch Sportmanagement an der RUB. Sonst gehe ich mit Freunden raus, unternehmen was Chilliges. Mal, wenn die Sonne lacht, draußen was am See, ganz gerne. Aber auch im Kino abends einen guten Film schauen. Ich würde gerne im Event-Management-Bereich arbeiten. Ich mache momentan ein Praktikum beim Deutschen Basketballbund. Und wir organisieren Events für den Basketballbund. Gefällt mir sehr und da sehe ich mich auch in der Zukunft. Und das beim Modertreieck wahrscheinlich. Hahaha. Musik Untertitel im Auftrag des ZDF für funk